Das Rossmus ist der höchste Gipfel im Nussdorf am Attersee. Am Kamm dominieren knorrige Baumstümpfe und Gräser und verströmen so eine besondere Atmosphäre. Nach 235 Höhenmetern und knapp einer Stunde Wanderzeit hat man den höchsten Punkt erreicht. Im dunklen Fichtenwald hat sich sicher eine Hexe versteckt. Genau richtig, um fit für eine längere Tour zu werden oder dass man einfach einmal wieder auf wie und auszieht. Bevor man wieder zum Ziel und Ausgangspunkt im Gasthof Dachsteinblick kommt, geht es über herrliche Wiesenhänge. Von hier bieten sich echt schöne Ausblicke auf das Höllengebirge und den Attersee. Im Buch findet ihr dazu weitere hilfreiche Details. Außerdem habt ihr damit den perfekten Überblick über die schönsten Familienwege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017